Was wünsche ich der Stadt Friedberg zum Geburtstag? Ein ganz, ganz tolles Jahr mit vielen schönen Events, dass die Leute draußen sehen, was wir für eine tolle Stadt sind. Dass es weiter so aufwärts geht, wie wir gerade so dastehen. Dass eine schöne, gesunde, lebhafte und neugierige Stadt bleibt. Ganz viele feiernde Leute. Alles Liebe Erdenkliche. Frieden für die nächsten 150 Jahre. Alles Gute. Dass Friede herrscht in der Stadt, dass die Bürger gut miteinander auskommen und dass es uns gut geht. Los geht's heute am 6. Februar und dann feiern wir das ganze Jahr. Es geht mit kleinen Formaten los, wir haben im Sommer eine große Festwoche, die Bürger beteiligen sich mit ganz vielen Formaten, es ist ja nicht nur die Stadt gefordert und ich denke Ende des Jahres werden wir dann auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückblicken können. Friedberg lebt hoch. Unter diesem Motto begehen wir das große Fest, ja ach was, wir begehen es nicht. Wir feiern den 750. Geburtstag unserer Stadt ganz gehörig. Das Friedberg kann vor allen Dingen auch stolz darauf sein, eine starke, kraftvolle Gegenwart zu haben. Ich glaube, dass die Friedberger wirklich stolz sein können auf ihre Stadt. Hier verbinden sich Tradition und Fortschritt ganz hervorragend. Friedberg hat sein eigenes Leben, auch wenn es natürlich von der Nähe zu Augsburg ein bisschen geprägt ist, aber die Friedberger haben auch ihr Selbstbewusstsein und ich bin sicher, dass sie das auch in den nächsten Jahren gut pflegen werden. Dazu wünsche ich allen wirklich viel Erfolg und Gottes Segen. Tschüss! Musik 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 Musik